servus und hallo ein kleines special zu kontinental und bmw ich fange mit bmw an also den ganzen tag über wurden verschiedene zahlen umgereicht von wegen auto rückrufaktion die informationen die ich habe die ist von heute nacht die ist kein scherz von radio antenne bayern weil die sind in münchen ansässig und die sind dann wirklich gut informiert also die zahlen die mir jetzt zuletzt genannt wurden heißt es werden 1,5 millionen autos zurückgerufen der serie fünfer siebener x5 x6 und diverse mini produkte es gibt probleme in bremsanlagen das heißt sie müssen zurückgerufen werden und dadurch auch auslieferungsschwierigkeiten für neue autos das hatte ich während corona auch schon mal ich war auch im bmw und da wurden diverse chips nicht geliefert also zum beispiel dass man sein handy dann dahin legt auf irgendwie das amaturenbrett und es lädt kabellos war nicht lieferbar bremsen ist ein anderes thema bremsen ist auch immer teuer da müssen die autos kommen die müssen aufgepockt werden und 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 das kostet viel und 1,5 millionen autos ist eine menge der normale gewinn oder der vom letzten jahr aber bei 12,2 milliarden der wird jetzt deutlich reduziert also schätze mal das kostet die mindestens irgendwas zwischen einer und einer milliarde eine und eineinhalb milliarden hinzu kommt und das betrifft alle autos die china problematik das liest sich alles in allem ziemlich unschön muss ich sagen aber das ist seit wochen sage ich dass das die autos insgesamt ziemlich doof da liegen allen voran vw das waren jetzt die kurse beschlusskurs gestern abend 22 uhr daimler vw mercedes kontinental komme ich gleich drauf und bmw das ist schon eine menge ja diese 10,25 prozent das ist viel aber die waren ja noch tiefer die waren also war unter 69 commerce bank deutsche bank war mit dabei die üblichen verdächtigen bayer auch mal wieder machen immer kurz hoffnung und dann fallen sie wieder ab ist also schwieriger wert momentan die bayer aber ich komme jetzt halt hier nur auf die autos das ist katastrophal hier daimler truck oder hier auch mercedes aber die wurden alle in sieppenhaft genommen und die haben ja alle eine story volkswagen kennt er selbst eventuelle werkschließungen kündigungen und so weiter das ist nicht schön mercedes was hat der kanadius noch nicht gesagt die margen bei der s klasse gehen deutlich runter da ist nichts momentan nichts zu gewinnen es ist einfach das immer der politik in die schuhe zu schieben aber die firmen haben auch selbst glaube ich große fehler gemacht sei dass jetzt elektromobilität aber das müsst ihr selbst wissen wie ihr das jetzt angeht und wir das einschätzt auf jeden fall ist es für mich kein wert den ich jetzt unbedingt haben muss keiner dieser werte das ist der monatschart auf bmw und er fängt die einmal 2009 ich habe sie einfach erst mal eine ganz normale linie gezogen es wird die erste frage kommen ja wieso ziehst du sie nicht hier über die los da und die los da ich setze die linien da an wo der größte umsatz stattfindet und das ist nun mal der erste kurs die kasse und der letzte kurs dann gibt es immer mal wieder irgendwelche ausreißer hier oder hier aber hier wird schlicht und ergreifend mehr gehandelt an diesen punkten ihr öffnungskurs ja auch eröffnungskurs ich ziehe darüber für mich sind nach wie vor diese art der linien nur bildhafte darstellung ich würde niemals jetzt unbedingt hier an dem punkt kaufen würde ich nicht machen aber ich will wissen wo er ist dann habe ich die fibos gezogen von 2008 bis zum hoch und das ist schon das will ich nochmal so machen das ist schon erstaunlich wie das ding hier hoch kam dann über jahre abgesoffen ist wieder genau an dem punkt aufgehört das ist das ist also wirklich jetzt triple top mal richtig über wann das hier das war 2000 ist gar nicht 15 also über neun jahre sieht man auch relativ selten gut also das sind die blauen linien kommen von 2008 und ich möchte gern das augenmerk lenken auf die sie hier das 50er bei 65,53 das ist auch immer schon mal wichtig da stehen wir kurz davor da haben wir auch ich gehe weiter ein da haben wir auch in diesem bereich unterstützung hier von 2021 hier haben wir ukraine hier haben wir was ist das das war auch 22 im september bevor es da mal deutlicher hoch ging das ist ein erst mal ganz guter bereich das interessante ist dass er von hier da das ist das coronativ vom zweiten dritten 2020 auch die linie gezogen das sind die schwarzen deren zahlen stehen hier von dem blauen natürlich gesagt habe ich die 65,53 als 50er retracement und als 61 von dieser bewegung habe ich die 66 52 das heißt der bereich zwischen 65 und 67 ist sowohl vom chart 1 2 3 4 und war auch mal irgendwann ein hoch hier 5 sowohl vom chart her rein im chart als auch von dem fibos eine interessante geschichte und hinzu kommt dieser trend den ich eben erklärt habe alles schon eine ganz gute area ganz klar wie soll es anders sein der wert kommt von 118 runter da ist von der technik her aber gar nichts positives anzusehen nirgendwo auch nur der hauch einer stabilisierung wie soll auch hast du dir habe ich eben vergessen zu erwähnen das hier ist die 200 monats linie die liegt um die 70 71 also wir kommen hier in einen sagen wir mal sehr wichtigen unterstützungsbereich ein was haben wir denn sonst noch das ist jetzt der monat geben wir mal auf die woche die woche sieht genauso gruselig aus es sind ganz klar die gleichen die schwarzen sind die kurzen die blauen sind die lang von der technik her auch hier einfach nur gruselig anders kann ich gar nicht sagen einfach nur gruselig da ist auch hier über wochen sich nicht zu gewinnen aber hier kann man schöner sehen diesen unterstützungsbereich den ich hier so grau schraffiert habe also wochen ansicht auch nicht schön dann der tag das ist jetzt das was ich jetzt interessant finde also noch interessanter als das was bisher kam wir sind also jetzt noch mal hier die schwarzen die blauen ist alles das was wir eben hatten und dann haben wir hier diesen aufwärtstrend dieser ganze bereich 65 bis 67 ist eine fette unterstützung aus verschiedenen betrachtungsgruppen fibros und so weiter was ich eben erklärt habe natürlich ist die technik völlig tief und die hat jetzt natürlich die tendenz zu sagen ja gut also das machen wir jetzt da gibt es nichts als stabilisierung null ich finde und darauf werde ich schauen weil ich habe das gestern schon gehört gut ich habe sie nicht bei 180 gekauft jetzt kaufst über 70 okay fein ist ein argument kann man gelten lassen aber dann rate ich dazu wirklich nur das zu machen was ich immer schnüffelstück nenne man kann sich mal fünf oder zehn prozent dessen kaufen was man vor hat besitzen zu wollen auf keinen fall mehr weil der kann ja auch einmal noch mal einen schlag nehmen weil was passierte die analysten kam gestern schon die ersten amerikanischen häuser das eine sagt 115 als ziel das andere 95 da sind wir hier oben das halte ich für ambitioniert aber wenn das natürlich auf sicht von sagen wir mal drei vier jahre ist ist das realistisch auf keinen fall in den nächsten paar wochen jetzt kommen heute noch mehr analysten dazu und jetzt müssen die fonds auch reagieren das heißt die wirklichen umsätze kommen jetzt erst rein und verweise immer wieder auf die bonninger bänder die gehen fett auf nach oben und nach unten guckt euch charts an wie sap vor drei jahren adobe neulich ja die mit den großen bewegungen ja die kommen dann auch ganz gerne mal wieder rein adobe ist schon fast glaube ich wieder auf dem ausgangspunkt des kurssturzes aber dazu muss das obere band brechen und das dauert noch das heißt ich kann nur dazu raten die käufe insgesamt zurückzuhalten weil man muss davon ausgehen dass das noch mal ein bisschen weiter fällt so lange bis das band hier oben dass der bewegung entgegengesetzte band die kurve kriegt wir hatten das hier auch nicht ganz so extrem wie da aber ja auch wir ging nach oben auf wir ging nach unten auf und erst in dem moment dafür habt ihr diese diese grids hier erst in dem moment in dem das obere gekippt ist trat die stabilisierung nachhaltig ein und ich befürchte halt dass wir noch weiter runter gehen bis das hier oben brechen wird für den fall des weiteren runter gehens habe ich einfach mal einen schein genommen der deutlich weiter weg liegt da sind wir jetzt noch 11 euro unter dem aktuellen kurs per gestern hebel von 5,4 aber das ist ja auch gesagt er hatte ein hebel am mittwoch am montag von irgendwas um die zwei rum jetzt ist er schon hoch wenn wir jetzt also dementsprechend noch mal verlieren geht er auch gleich hoch der hebel das ist keiner zum kaufen das ist jetzt einfach nur warten bis das hier passiert eine seitwärtsbewegung seitwärtsbewegung als stabilisierungsansatz und dann kann man sich das überlegen das für die watchlist nichts anderes und der ist relativ weit weg mit 58,21 aber wie gesagt jetzt kommen noch die fonds die werden auch entscheiden was sie davon verkaufen ja mit sicherheit bw und deswegen kann man warten es gibt hier im unteren bereich gar nicht so viel scheine von bmw also unter 60 gibt es nicht so viele da müsst euch das also genau anschauen ich habe den jetzt nur auf die watchlist gelegt und wenn wir eben so eine stabilisierung bekommen aufgrund des oberen bandes was nach unten geht dann schaue ich mir das genauer an noch mal im moment muss ich damit rechnen wir sind aus dem band raus wir haben überall negative techniken im tag in der woche im monat ja das sieht nicht so toll aus also ich kann da warten ich muss jetzt nicht auf teufel kommen raus jetzt hier bw kaufen nur weil sie nicht mehr 115 sind sondern nur noch 69 für mich ist das kein wirkliches argument ich kann warten so und dann schauen wir uns jetzt mal die conti an bmw selbst hat zumindest bis mittags nicht gesagt welcher zulieferer das ist mit dem sie schwierigkeiten hat man den bremsen aber dann hat sich mehr und mehr herauskastellisiert dass das die conti zu sein scheinen auch das ist hier der monatschart technik gruselig hier gab es mal so einen kleinen stabilisierungs ansatz ich habe das so gezogen dass ich auch hier wieder die die kurse miteinander verbunden habe das heißt im sinne von positiv ist das bei mir erst über 70 das kann man ein bisschen runternehmen wahrscheinlich so um die 63 vorher vom chart her eher auch nach unten gerichtet das waren ja gestern auch und zehn prozent ich habe eine sehr wichtige unterstützung hier aus dem jahr 22 die liegt bei 44,10 aktueller kurs ist 52 53 ungefähr und das kommt auch vom chart von hier hinten dieser bereich das war mal ein hoch ging sie noch mal runter über boten ging sie noch mal zurück back to breakout und das ist jetzt der bereich der vom chart her insgesamt sehr wichtig ist vom monat her habe ich hier auch natürlich kein positives signal noch nicht mal ein stabilisierungs ansatz bei der woche ist im prinzip die gleichen linien drin überall ist im prinzip das sogar noch negativer weil die kriegt erst momentum nach unten ich muss also davon ausgehen dass wir von dieser 52 hier durchaus den bereich um die 45 sehen können hier ist das fängt gerade an das sind frische signale nicht schön fällt mir gar nicht von der woche her gucken wir mal auf den tag auch hier ich fange mal mit den bändern an genau das gleiche spiel die gehen heftigst auf heftigst und wir sind deutlich unter dem unteren band was gestern bei rund 56 war auch hier ist es unbedingt empfehlenswert abzuwarten wir haben hier diesen recht wichtigen auch unterstützung bei 51,60 tagestechnik fies einfach nur fies ich habe jetzt da keine analysten schätzung gesehen die werden wahrscheinlich heute im laufe des tages kommen ich habe auch hier mal einen schein rausgesucht der jetzt momentan noch sehr weit weg ist unter dieser unterstützung von 45 bei 41,77 auch hier noch mal der hinweis das heißt nicht dass das zeug gleich gekauft werden muss das ist genau das gleiche in conti wie bei bmw die bänder müssen erst das oberen band muss erst brechen ob dann das hier als unterstützung im bereich bei 51 vom markt angenommen wird das müssen wir abwarten weil wenn das hier gebrochen wird dann macht sie auch den bereich bis zur unter bis 45 also größte vorsicht dass es lediglich für die watchlist ja das ist ein 41,77 der liegt also hier jetzt außerhalb des charts von unten aber ich sehe auch hier keinen grund jetzt irgendwie nennzwerk zu kaufen man muss den beiden werden erstmal jetzt mal so drei vier tage geben bis die sich irgendwie ein bisschen ausgetobt haben ich wünsche euch ein happy trading und fette beute bei bei mit